Ich bin der Gabel Wolfgang, bin 57 Jahre alt. Seit 1999 bin ich selbstständig. Ich bin hier am LKW angefangen. Meine beiden Söhne sind auch im Betrieb als Fahrer. Meine Frau macht die Disposition und die Buchhaltung. Wir sind hauptsächlich für die Firma Töni im Export. Da bewegen wir uns hauptsächlich Holland, Belgien, Deutschland bis Linland. Wir verbringen sehr viel Zeit in so einem LKW. Wir haben Kilometerleistungen im Jahr zwischen 140.000 und 160.000 Kilometer. Die Edition 2 ist auf 400 Stück limitiert. Ich bin froh, dass ich noch von denen bin, das Glück hier fahren zu dürfen. Die Kühlschrank, der Kaffeemaschine, der Mikrowelle, das Mondsteingraue Grill. Das Fahrzeug ist in jeder Wagenfarbe bestellbar. Verkannter Einstieg, Innenbeleuchtung in verschiedenen Farben. Ein Bettzeug wird sogar mitgeliefert. Das ist auch ein Edition 2 Merkmal. Wir haben da sehr viel positives Feedback von den Firmen und so. Das freut mich schon auch nicht und vor allem für mich selber. Das Platzangebot, die ganzen technischen Hilfsassistenten und so sind schon sehr förderlich. Auch mein Massagesitz zum Beispiel. Das sind auch schon Sachen, die dich lockerer machen, wo du einfach entspannt bist, damit der Arbeitstag nicht zu stressig ist. Wir sagen unter anderem auch mal leid, von was brauchst du denn nur einen 6.30? Da fährst du eh leichte HALU-Profile. Ja, da vorne geht Golf spielen, da vorne geht auf die Jagd. Das ist halt mein Vogel. Ab und zu kannst du den Vogel halt ganz gut nutzen. Wir haben wirklich oft Punktlandungen von der Fahrzeit, wo sie es wieder ausgeht, wo sie wahrscheinlich mit einem schwächeren Auto nicht ausgeht. Mit so einem Gerät zum Arbeiten ist schon Geld. Da ist man die Woche eh oft zu kurz. So schnell vergeht es. 6 Millionen Kilometer habe ich schon auf dem Buckel. Ich fahre heute noch gerne. Erinnere, aufgeht bitte noch nichts mit mir. Danke. Andere, danke. Vielen Dank. Danke, danke.